Hi und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen kleinen Haul und zwar von Naked. Wie ihr wisst, liebe ich den Shop und habe es auch schon ausgepackt, weil ich es nicht abwarten konnte und möchte euch jetzt einfach mal zeigen, was ich mir da geholt habe. Ich finde, man kann auf der Seite irgendwie immer was kaufen. Also ich könnte ja eigentlich leer kaufen, weil ich liebe den Style einfach und bin gespannt, was ihr euch aussucht. Ihr könnt nämlich gleich am Ende vom Video meinen Rabattcode finden und da könnt ihr 24 Stunden lang 20% sparen. Ich muss mal wieder aufhören, hier mit den Händen die ganze Zeit rum zu pfuchteln. Ihr werdet gleich merken, wie ihr schon auch im Hintergrund seht, ich habe hier im Moment ein bisschen viel Rosé und das ist mir jetzt aufgefallen. Zufällig gehen auch meine Klamotten, die ich mir ausgesucht habe, passen perfekt in meinem Bett. Und ja, sie sind etwas heller. Ich würde sagen, ich packe es einfach mal aus, weil ausgepackt habe ich die Klamotten noch nicht. Das machen wir jetzt hier live. Ich weiß gar nicht, mit welchen mich anfangen soll. Aber ich glaube, doch. Und zwar diese coole Jacke. Und zwar, wie klicke ich sie hier. Die ist in so einem Kortstoff und ja, so alt Rosé. Ich finde die Farbe mega cool. Ich ziehe es auch direkt mal an. Ich finde es sogar auch schwarz mega cool. Die ist auf jeden Fall. Ich glaube, die wird mit meiner neuen Favorite Jacke. Ich habe sonst immer Lederjacke an, aber die finde ich auch richtig, richtig, richtig schön. Es ist auch schön weich. Ich würde mal gar nicht ausziehen. Ein schwarzes T-Shirt. So ist das so ein, ja, simple, ich zeige euch das gleich angezogen. Schwarzes Basic Shirt, aber das hat so einen V-Ausschnitt. Und dann wie so ein Joker. Ich weiß auch nicht, die Farbe hat es irgendwie mit mir im Moment. Und wie ihr schon wisst, diese Blumenmuster haben es auch im Moment mit mir. Und schaut euch dieses schöne T-Shirt an. Das ist sogar so weit geschnitten. Und ich liebe so Oversized. Und das finde ich mega cool. So Leute, und jetzt haltet euch fest, mein absoluter Favorit. Ich kann es kaum erwarten, das gleich anzuziehen. Und ich habe es noch nicht ausgepackt, weil ich wollte das ja alles live festhalten. Und zwar ist das ein wunder, wunder, wunderschöner Gams-Suit. Oh, der ist so schön. Der hat hier so, ähm, Detail, also hier so schüren. Ein bisschen weiterer Ausschnitt. Ich finde den echt total sweet. Und ich ziehe den jetzt gleich auch direkt mal an. So, meine Lieben, das war mein kleiner Haul. Und mit dem Code Johanna SCH20 könnt ihr 20% sparen und das 24 Stunden lang. Also haut rein, shopft, was das Zeug hält. Und ich verlinke euch unten nochmal meine Produkte und wünsche euch viel Spaß. Und bis bald. Ciao. Ciao.